1, 2, 3, wir 3 sind wir 3, singt mit uns, dann wird die Welt wunst. 1, 2, 3, wir 3 sind wir 3, tanzt mit Flach und dann singt mit unseren Hits, singt für alle Kids, wir 3. Boah, der war ja verrückt, der Hausmeister. Der war mir heute früh schon, als er uns die Tür aufgemacht hat, schon ungeheuer. Aber wo ist denn jetzt Exana? Wo bleibt die denn? Ja, keine Ahnung, aber ich glaube, es war echt gut, dass sie mitgegangen ist. Wer weiß, was denn noch alles anstellt. Aber jetzt kommt er nicht wieder und sie kommt auch nicht wieder. Naja, wir warten einfach kurz, sie wird bestimmt gleich wieder auftauchen. Nee, lass uns doch schon mal anfangen. Ja, lass uns doch Dehnübungen machen. Ja, los. Ach Mädels, aber wenn uns was passiert, wir müssen ganz vorsichtig sein. Nicht, dass sich irgendwelche noch verletzen. Na, deswegen dehnen wir uns ja. Ja, aber trotzdem, auch beim Dehnen kann man umknicken. Ich möchte lieber an die Stange. Oh, das sieht ja lustig aus. Wie war das nochmal? Pas de bourrée. Trier. Kartoffelpüree. Naja, Vera, du kannst doch, hast doch mal Ballett gemacht mit diesen Positionen hier. Position 38. Zweite. Guck mal, da sind ganz viele bunte Sachen. Wow. Groser Buschel. Ein Band. Boah, guck mal, die Ketten sind ja toll. Hier, eine für dich. Guck mal. Nicht, dass der Hausmeister jetzt wiederkommt. Jetzt hat er was zu reparieren. Upsala, ist mir fast auf den Kopf gefallen. Und du sagst, wir sollen aufpassen. Hier, Linda. Hopp. So, und das ist die neue Choreo. Wuhu. Lina. Yeah. Lina, was auch? Sei vorsichtig. Oh, hopp. Und jetzt runter. Hünn machen. Und, yeah. Cool. Seid bloß vorsichtig. Komm. Haha, super. Oh, nee. Die schon wieder. Vera, guck mal, ein rosa Mülleimer. Aber wir haben gar keinen Müll. Gehen Sie weg. Bleiben Sie mir fern. Hier, wir haben jetzt Müll. Oh, Gesundheit. Können wir das hier mitnehmen? Entschuldigung, wir rutschen darauf aus. Das ist gefährlich. Ich hole einen Besen. Boah. Hui. Bambi wird schwindlig. Bambi wird schwindlig. Bambi wird schwindlig. Ah. Oh, nein. Was hast du gemacht? Tut dir was weh? Mein Fuß. Oh, nein. Oh, nein. Aua. Zeig mal. Tut weh? Ja. Aua. Und das seht ihr nächstes Mal. Was ist hier passiert? Ja, ja, jetzt wie. Ja, ja, jetzt wie. Bis morgen. . 1, 2, 3, wir 3 sind wir 3. Sing mit uns, dann wird die Welt wohnst. 1, 2, 3, wir 3 sind wir 3. Tanz mit Flack und dann sing mit unsere Hits. Sing für alle Kids, wir 3.